Hallo, grüßt dich. Ich hatte gerade hier ein Seminar, wo wir Stardomien hier schnell Geld verdienen im Internet. Warum es eben nicht möglich ist, dieser Slide, weil du ganz kurz für dich hier auf YouTube aufnehmen und mal kurz, wo wir hier auch sozusagen stehen geblieben sind, aus dem echten Leben, aus der echten Businesswelt. Es dauert ungefähr fünf bis sieben Jahre, bis du halt ein stabiles Unternehmen aufgebaut hast. Was nochmal eine Million Euro Umsatz im Jahr macht und mehr darüber hinaus. Wenn du von null startest und ohne Fremdkapital und ohne Netzwerk, ohne dass du jemanden kennst, ohne dass du irgendwelche Partner hast, die halt schon im Business sind und die allermeisten, die das schneller machen. Und hier auch sozusagen, dass du hier einfach eine Durststrecke hast, was sie wenigstens nicht verstehen. Und das ist auch das, warum 90 Prozent, statistisch gesehen, in den ersten fünf Jahren scheitern, weil hier eben auch sozusagen nach zwei, drei, vier Jahren auch das erste Mal Finanzamt kommt und an all diese bürokratischen Geschichten da. Du hast es erst mal geprüft, musst nachzahlen, bist schon wieder fast pleite. All das ist halt in den ersten fünf Jahren, aber halt auch sozusagen der Aufbau deines Zielgruppenbesitzes, wo du sozusagen immer wieder wiederkehrend verdienen kannst mit, dauert halt in der Regel zwei, drei, vier, fünf Jahre, den Markt richtig kennenzulernen, Zielgruppenbesitz aufzubauen, dein Netzwerk einfach auszubauen. Nehmen wir mal ganz ehrlich, ohne Networking, ohne das richtige Networking, wirst du es einfach auch ganz besonders als Berater nicht schaffen, konstant eben ein Business aufzubauen und konstant, wo du auch immer gut schlafen kannst. Also aus meinem Seminar, das ich jetzt gerade gehabt habe, hier mit ein paar Leuten, hier kurz den Slide rausgepickt und einfach hier mal auf YouTube geteilt. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.